So, jetzt hier zurück bei Destiny 2 mit Catchcrash auf 1600, hoffentlich läuft es jetzt auch, weil wenn nicht, dann bin ich wieder genervt, es war nicht zum Teil ganz schön anstrengend, sind wir jetzt genug, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, zählen kann ich auch nicht mehr, Einsatzgruppe habe ich jetzt zusammengesucht jetzt und hier diese Woche einmal hier Barriere und Überladung, dann Schilde alle und hier gegen Skifix, es ist gleichzeitig auch eine Quest für die Story, für Story Woche 6 hier einmal, dann müsste man hier nämlich einmal Catchcrash rein und vergrabene Expeditionsschätze holen, da habe ich es einmal verkackt, vergrabene Expeditionsschätze, da habe ich vergessen meine Kiste zu setzen oder zu holen, den Schatz auszugraben und Catchcrash 5 mal spielen, aber es gibt Bonusfortschritte immer auf Großmeisterspiel, deswegen will ich es natürlich auch abschließen, ich will natürlich auch den Spitzenloot haben, deswegen gehe ich hier rein, ich hoffe mal es klappt einigermaßen, Donnerlord hier gegen Überladung und meine Scoutgewehr gegen Barriere, wie sagt Mods hier auch einsetzen, die Barriere Scoutgewehr und so, das ist natürlich auch alles wichtig, dass man sich einstellt, so wie es sein soll, ja nicht vergessen, einfach so rein, das bringt nichts und wie sag ich, das ist die dritte Runde, die anderen beiden Runden haben wir schön mit Manil verkackt, da war das Team einfach zu schwach, deswegen habe ich jetzt einfach aussortiert und habe einfach höhere levelige Leute reingeholt, wo es vielleicht besser und besser passt, weil die anderen beiden Runs, das ging gar nicht, ich habe dann einfach gesagt, jetzt muss ich wieder aussortieren, ist zwar nicht die feine englische, hier die Leute rauszukicken, aus dem Einsatzgrupp, wenn sie spielen wollen, aber wenn man halt das erreichen möchte, muss man halt das gucken, was man mitnimmt an Leuten und wie gesagt, zweimal schon gespielt, eine halbe Stunde ist draufgegangen, das mache ich nicht, ich habe keine Zeit für, ich muss arbeiten, keine Zeit für sowas, tut mir leid und sonst hat es eigentlich in der Vergangenheit immer gut geklappt, nur hier ist das Problem zum Ende hin, dass wir hier zum Ende hin leider Skifix haben, der halt mit Minen arbeitet, wenn er die Minen nicht abräumt, also neutralisiert, dann hat man halt leider hier ganz schön die A-Karte und man geht halt direkt drauf, deswegen muss man echt gucken, was man macht. Na ja, mal gucken, wie wir uns jetzt schlagen, mal abwarten, dann klappt es ja, wenn nicht, dann Pech, Pech-Poge ist trotzdem wieder, ipi, der ist schon 258, ey, cool. So, Kanonen einnehmen, natürlich nicht vergessen, auch wichtig, am besten immer 2-2-2-Aufteilung. Meistens klappt es nämlich nicht, das ist dann ein bisschen blöd, aber wie gesagt, 2-2-2-Aufteilung finde ich eigentlich wirklich wichtig und da muss man halt genau gucken, dass man es irgendwie hinkriegt. Hier kommen wir einfach ab und zu auch Unsichtbare, die näher sind dann auch hart ab. Und ich meine, ich gehe mal kurz rüber. So, trotzdem irgendwie schafft. So, jetzt weiter. Ja, egal, es ist halt nicht ganz so einfach, ne. Also musst du auch schon ein bisschen spielen können. Also als Noob braucht ihr hier nicht reingehen. Sei euch, wie es ist. Wenn ihr jetzt nicht findet, könnt ihr das Spiel, dann lasst es sein. Das nervt die anderen Leute nicht. Erstmal einrufen hier und erstmal einspielen, sonst Feierabend ist er da so. Ja, ich, ich sterbe hier öfters, obwohl ich, also ich spiele relativ okay. Ich spiele jetzt hier nicht super gut oder so, aber ich verstehe ja das Spiel, sagen wir es mal so. Und als Noobie brauchst du hier nicht reingehen. Das ist halt kein Spinn, da hast du mir erstmal vorher sich einrufen. Und die Hardcore-Leute erstmal anlassen. Ich rede auch viel Blödsinn, weil es früher am Morgen und, ja, so ist es leider. Was haben wir hier? Eta-Tank, oh, ganz schlecht. Ganz übel, Eta-Tank. Ist übrigens auch eine saisonale Herausforderung aktuell, ne, nicht vergessen. Gibt es immer schlechter, wenn einer fällt? Oh, so mehrere. Da hat wohl jemand Eta-Tank in der Luft gejagt, wa? So alle weg, Eta-Tank, die sind in der Luft. So, wo ist denn, ist der Heini da? Der hat mich leere, das ist so problematisch ab und zu. Schnellstmögliche rüden Eta-Tanks der Korn hier. Nein, ich habe vorbeigeschmissen, oder was? Ey, Mist. Wie gar nichts hier. Wo zum Geier? Da habe ich mich nicht aufgenommen. Okay. Eta-Eta-Eta. 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 Puh, das war gut. Der Brunnen ist hier auch unablässig. Brunnen als Warlock ist Pflicht. Hier in dieser Spielaktivität, wie man seht, da geht echt alles super. Und den Brunnen hat man halt leider verloren. Also nimmt viele Warlocks mit. Oder halt eine Bubble geht auch für den Titan. So, wo sind sie denn alle hier? Ja, mit dem Skrillex. Ein bisschen anschießen, damit er das hier fieselt. So, alle bitte hier die Flagge nehmen, den Banner. So, jetzt weiter. Gott, klappt es jetzt. So, hier holt, gut. So, hier muss man halt die Läufer anschießen. Da kommen irgendwann hier die Schilde. Das heißt, da kommt irgendwann ein Captain mit einer Versenkungswaffe. Und die Versenkungswaffe muss man sich schnappen und dann hier die Schilde wegschieben. Die den Läufer halt sozusagen schützen. So, jetzt sind die Schilde angegangen. Jetzt kommt gleich irgendwo der Läufer. Äh, der Captain meint, der ist auch markiert. Der ist da hinten irgendwo. Zwei Stück. Da hinten ist der irgendwo. Hier klickt gerade einer auf den Deckel. Und dann auch mal kurz mit der Läufer. So, jetzt musst du hier die Dinger wegschieben. Und dann musst du auch leider ziemlich genau treffen. So, der ist frei. Dann gehen wir zur anderen Seite. Auch getroffen. Hier ist auch. Und dann fehlt noch. So, alle sind frei. Das heißt, Feuer frei. Das heißt, wir müssen den T-Mail wiederholen. Moment. Lassen wir die einen Seite kaputt hier. Was wäre mit dem noch hier? Was wäre mit dem noch nicht? Wir sind javertreend. Also gehts das. Und hier sind wir einen. so zack geht auf super team bis jetzt du hast es fast geschafft du hält abgesehen von dem kleinen problem mit der großen armee auf dem deck diese crew ist zwischen deinem licht und jetzt kommt das lustige jetzt wird lustig naja mal gucken ob wir es schaffen ich hoffe ja hoffentlich hat jemand solar mit sonst sieht schlecht aus ich muss ein schildmann wegschieben Es kommt die blöde Mille. 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 Scheiße, wie? Verdammt, halt gesetzt. Geht auf, gefall. Geht auf, gefall. Alter Ja, geschafft, Alter War das ein Krampf, ey Dieses Mal war das richtig ein Krampf Ist das schwer, ey Sehr schön geschafft Ja, danke ans Team, super Sache Freut mich, Gold zwar abgeschlossen, aber sehr nice Dass wir es abgeschlossen haben, sehr gutes Team Wir danken dir herzlich Sehr schön So, ja, super Team Schön, schön, schön So, das heißt, wir haben auch wieder Ich glaube, ich habe einen Teil geschafft Mal eben gucken Ja, gut, jetzt muss ich noch vergrammene Explosionsschätze rausholen Catch-Crash auf 1600 einmal durchlaufen ist okay Das reicht dann hierfür, das ist schon mal gut Dann hier natürlich Catch-Crash hat 2 Da habe ich auch ein bisschen was fertig gemacht Da fehlt aber noch ein bisschen was Und, ja, da Achso, Gesten machen, genau Immer Gesten machen Stimmt ja, ihr müsst ja auch noch Gesten machen Ja, das kann man so spielen Bin ein bisschen aufgeregt Weil es war halt doch ein bisschen schwieriger Als ich dachte Aber es gehört dazu Und danke fürs Zusehen Reingehauen bis zum nächsten Mal Und tschüss Danke für den Support Tschüss Bye Bye Vielen Dank.